Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum ersten Community Game. Es geht um Team Big Wallen gegen Team Dumbubbler. Hier kommt Runde Nummer 1 auf Train. Let's go! Ich würde sagen, wir sollten einfach zu 5. Ultra Druck machen auf B. Okay, gut, wir wurden gesehen. Train, pick the bomb. Ist er close? Ich gebe leiden. Right side vom Train. Oh mein Gott, sie drückt mir direkt. Einer ist Backline. Einer hinten. Let's not hit. Dead low. Nice! Schön gemacht. Was meint er, was sollten wir jetzt machen? Ja, MP nachkaufen und versuchen mal A zu gehen. Brachial durchschniedeln. Ja. Okay, die pushen Mitte. Versuch zurückzufallen und die dann einfach zu holen. Die machen jetzt einfach einen krassen Force. Right side ist ein Assault. Boah, ein Chopper kommt. Ich hau noch gleich einen Nade rein. Kann der auf unsere B gehen? Ja, ich bin beim grünen. Ah, der ist hinten bei Mitte. Schön. Ich schupe mal Richtung B. Dann noch mehr, komm zurück. Mach langsam, hat da jemand einen Orb von denen? Der Zug ist einer, pass auf, kann ich da nicht. Electric, ja. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Nee. Hahaha. Lass jetzt auf B durchpushen, oder? Ich gehe geradeaus durch und ihr geht einfach direkt alle Rampe runter und dann auf B. Molly, wir gehen alle Rampe, ja. Zwei Rampe. Okay, die ABV ist da hinten. Nice. Schade, nice try. Einer lang hinten. Hat hits. Nice, komm, lass mal auf A gehen. Ja, anders hinten. Einer zwischen den Zügen. Noch einer zwischen den Zügen, nice down. Onspot A. So nix. Onspot ist down. Einer ist noch hinten Backline, ihr könnt versuchen zu legen auf der anderen Seite. Nice, nur noch einer. Ah, noch, ah, noch. Der defuste nicht. Der defuste nicht. Der defuste nicht. Nice, jawoll. Wollen wir mal einen Aufbomb an? Überall mal abblenden? Ja. Da ist einer vor Ivy, steht einer. Die haben gekauft. Oh lol, unten steht er da drinne. Popdog oder was? Ja. Ja, er ist Popdog immer noch. Jetzt ist er raus. Was? Hopdog. Shit. Was meint er, soll man irgendwo durchdrücken oder trotzdem gemütlich machen? Ab-Aim. Ab-Aim, okay. Die spielen super aggressiv. Passt doch bei Ivy auf. Ivy kommt bestimmt gleich wieder durch. Ich schleiche immer durch. Hast du eine Niegel? Ja, hab ich. Die haben Rackett langsonne. Ich kann eine B ein bisschen abdenken, da ich vielleicht versuchen kann auf A zu gehen. Na, mach ich. Ich bin da mit Taschenschlapp am Fighten. Ich glaub, ich hab sie einmal geh-hittet. Ah, das war nichts. Get close. Klaus, bei dir. Ja, ich komm Popdog runter. Ah. Ich bin jetzt schon mit, hör. Tana, ich bin in die Zwingung reingesprungen, Orange. Okay, Vorsicht. Manchmal sind sie direkt hinter der Tür, da rechts hinter der Kiste. Der letzten Gang ist auch offensiv. Ah jo, close. Krass. Lass uns offensiv auf A gehen. Oh man, links in der Ecke steht einer. Das war mir klar. Ich kann nicht blenden, wenn der noch da ist. Könnt ihr kommen? Ja, hinter dem Zug sitzt einer. Der ist beim grünen Train. Ich brauch Hilfe. Kommt gleich. Da ist er. Er muss low HP sein. Hover mich mal bitte. Ah, links. 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 Ah, verzeih. Letzter, keine Ahnung. Unbekannt. Letzter ist B-Spieler. Legt einfach hinter dem Ding. Oder KB und hofft, dass es nicht gerallt hat. Ja, stimmt. Oh, das ist jetzt gefährlich. Einfach probieren. Der muss durchziehen. Nice. Jawoll. Drei pushen. Drei pushen. Noch zwei, noch zwei. Geht auf A. Geht links. Achtung, kann bitte einer hinten main aufpassen. A main. A main könnte gleich kommen, pass auf. Orange. Ich decke A main hinten ab. Ich deck das ab. Ja, ich bin halt unter low. Ja, ich mach das, ich mach das. Bin da. Ja, einer kommt main A. Also Mitte. Hast du den? Ich hab ihn gesehen. Ich seh ihn jetzt nicht mehr. Ah, ist down. Ah, ich werd angeschossen. Keine Ahnung von wo. Direkt auf den Spot. What the fuck, man. Ja, das war der Switcher. Sorry. Alles cool, macht nichts. Jetzt haben wir auch genug Cash. Es geht dann nur um den Rundensieg. Kann mir jemand was droppen? Ich bin hinter Purple. Pulple, Pulple. Ich bin hinter dir. Dankeschön. Die müssen in der letzten Ecke. Ja, ja, ich bin versteckt. Ich geh jetzt Ivy durch und roll von hinten auf. Ja, einer war noch was da. Achso, die Bomber ist nicht gesaved. Ich komm. Das bist du. Fast auf dich geschossen. Die wahnsinnige Ecke. Ja, der wird wahrscheinlich auch B verschoben haben. Oh mein Gott! Von B könnte was kommen. Da kam eben ne Flash hoch. Der hat zwei Deagle hits. Er hat zwei Deagle hits. Komm rum jetzt. Auf Sascha. Links Sascha, links. Nice down. Leg die Bombe. Achtung, Klaus von am Zug geschont. Ich geh direkt wieder hoch. Okay, chill. Lasst euch nicht killen. Ich leg hinten ab. Abp. Okay, zeigt euch nicht, zeigt euch nicht. Die Abp ist eklig. Ja, der ist unten schon. Scheiße, Mann. F***. 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 Hat mich ultra getroffen. Die Bombe, ich komm zurück. Abp, Onspot. Hör mal, die Bombe rüber. Lang einer hat... Oh mein Gott. Oh nee, jetzt kommen links beide Onspot. Abp, Low und der andere auf. Beide Low. B ist frei. Was? Was? Das war André. Krass. Wir sind jetzt eh reich, oder? Ja, sind wir reich. Jetzt geht's. Kann er noch das Connector absmogen? Ich molle den Connector. Ja, ist immer noch... Ja, ist voll in mein Feuer geschlappt. Okay, jetzt ist das Feuer wieder weg. Ich smoke gleich Connector nochmal. Wir smoke es raus. Wir müssen Gas geben. Wir müssen jetzt raus. Wo ist denn die Bombe schon wieder? Ja, wo haben wir... Oh, nice. Oh man. Ist down. Ich flash mal Backline. Oh, Ivy. Ivy ist einer bei Ivy. Ich chill hier. Ivy ist einer AWP. Pass auf. Connector. Ah, da ist vor mir einer. Oh mein Gott. Direkt bei ihr Spot. Haarige Pille. Nice, Double Kill. Ich geh Connector, ich geh Connector Purple. Du kannst gleich bleiben. Connector down. Connector ist down. Ja. Ich bin oben im Vogelnest drin. Ich hab CT. Keine Ahnung. Ja, Bob Dog. Pop Dog. Nice. On-Spot einer. Ist down. Jetzt haben wir schon D6. Das passt. Ich bin Pop Dog wieder unten. Pop Dog ist down. Ich smoke es Ivy. Und dann geh ich ran. Werner ist on-Spot. Direkt nebendran am Spot. Am anderen Ende des... Ja, nice. Ist down. Ich geh B. Jawoll, alle B. Wir machen A Retail. Ja, dann macht die zwei Sascha. Machen wir A on-Spot. Ich hab auch Diffuse Kit für B dabei. KG kommt. Okay. Ich verschieb mal direkt. Okay, Schieber. Ja. Hinten Backline. Ja, pass auf. Ich hab gesmoked hier. Wir müssen hinten rum gehen. Ja, jetzt geht's in CT. Ja, okay. Nice. Side, einer. Einer Spot hinten. Direkt zu close. Ja, ich geh jetzt close. Ich geh direkt close. Achtung, wir lassen peaken. Ich würd Diffusen. Ich hab Diffuse Kit. Oben, oben, oben. Diffuse durch. Ich hab Diffuse. Ich hab Kit. Nice. Bum, 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 bum. Ich geh das. Ich geh das. Ich geh das. Mit B, mit B. Ja. Da kommen sie gesprungen. Zwei Stück. Einer ist down. Bombe auch da? Haben wir nicht gesehen. Einer da. Ist oben noch einer. Bombe down? Bombe, Bombe ist oben durch. Der ist oben auf Catrock. Der rennt. Der ist durch Smoke gerannt. Das sah geil aus. Einer. Elektrik, elektrik. Ist weg. Noch einer in der Mitte. Noch einer. Rechts. Rechte Seite. Grün hinter dir. On-Spot irgendwo. Letzter Low On-Site. Letzter Low On-Site. Okay, macht langsam. Nice. AKs mitbringen, AKs. Wer droppt mir ne MP, Alter. Was ist mit euch los? Bring die AKs mit, die hast ne MP. Boah, Shally M4. Damit komm ich ja gar nicht klar. Der hat nur 20 Schuss. Die ist scheißen direkt. Oh, nice. Hier oben. Step. Was, Blaut? Da könnte gleich was zu dir kommen. Ich denke, dass sie auf B. Ja, VB ist schon einer. Taschenschlampe ist da. Ich lass sie einfach durchgehen. Blaut, bei dir kommen gleich Gäste. Ja, ich hab auch. Aber der andere ist wieder rechts gegangen. Richtung Pop-Doc. Ach so. Ah shit. Wir sind alle VB. Taschenschlampe ist noch da. Ist aber angefrackt. Mitte ist Bombe down. Ja, Pop-Doc. Nice. Ich bräuchte ne Wumme vielleicht. No, Sir. No, Sir. Oh, ist ein Smoklin? Ich hab ein Smoklin. Ich hab ein Smoklin. Smoklin. Ist down. Ich hab grad 050er Nade gefangen. Shit. Ich schmeiß auch ne Nades als Vergeltung. Die sind über Pop-Doc noch. Du guckst Rampe, oder? Ich guck Rampe, ja. Ich hab Pop-Doc. Einer ist VB. Ah. Muss low HP sein. Bombe ist VB. Ja. Ja, nice. Ich hab sogar Stern bekommen. Wallah. Hat jemand Kirsch? Der hat kein Geld mehr, Wallah. Ja, ich kann linken. Ja, GeForce bin links von dir. Ich bin gedugt, danke. Oh, so viele Waffen. Ich wollte eh eine mit Schalldämpfer. Danke. Das sind mindestens 2 vor Ramp. Taschenlampe ist down. Bombe ist down. Kurze Rampe, Bombe down. Vor B, genau. Kurze Rampe. Boah. Flash. Einer raus, ist down. 2 noch. Ich denke, dass Wallah mit der Bombe vor B wartet. Und jetzt gleich am Ende versucht hier drauf zu pushen. Ja, der ist oben. Okay. Auf Leute, komm. Konzentration hochhalten. Konzentration. Jetzt hab ich über 10 Kills. Oh mein Gott. Fucking good. Oh mein Gott. Du bist ein Gott. Arme God. Die Lampe gibt mir jetzt gleich. Ah, da ist sie. Da ist sie wieder. Eine AWP ist direkt oben. Vor der Ramp. Vor der B-Ramp. Oh, ist Cat War gerade nicht geschützt? Ich glaube, Cat War kommt was. Da fliegt der Smoke rum. On-Spot. Shiva, ich geh hoch. Okay, auf Cat. Dann kannst du Ram gucken. Ich geh durch. Ja, beide noch Bomb B. Okay, beide down. Bumble down. Cash haben wir auch ultra viel. Es läuft. Nice. Also jetzt müssten sie aber endlich ein Eco haben. Ja, und denk dran. Jetzt könnten sie dann noch ultra eklig pushen. Wie long ist jetzt einer? Vorsicht, Shiva. Zwei. Zwei long. Haben was gefressen. Ergibt mir nur Insta-Header um die GNB. Ihr müsst jetzt schnell alle verschieben. Oh mein Geld. Nur noch zwei Stück. Nur noch einer. Zugriff hat erfolgt. Haha. Nein. Zugriff. Erfolg. Männer. Wer ist gestorben? Ich. A-Blau. Du schiebst durch. Dann geh ich auf A. Taschenschlampe steht da oben. Oh mein Gott. Es könnte B sein. Boah. Ablau. 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 Ich denke, es war gut, dass wir bei T angefangen haben, oder? Das Schwierige immer zuerst, das ist einfach chilliger. Bomb ist noch am Spawn, dann wartet der Pest. Ja, der ist gerade in Richtung A weggeschaut. Er hat ihn gehittet, hat einen Hitbot da. Hat einen AWP-Hit, zieht T lang. Da, Jan. Ist down. Bomb ist ja eh direkt on-spot down. Ähm, keine Ahnung. Ja, die ist hitdown, du hast eben auf dem Radar gesehen. Echt? Ah, ja, jetzt, ja. Also B kann gar nichts sein, oder? Blau? Momentan nicht, ich bin aber popt da unten. Okay, ja, mittler, okay, gut, gut, gut. Ich denke, dass er von da hinten kommt. Kann ich den durchschmeißen? Ich glaube, irgendwo hier hat es bei mir abgemüßt. Ja, der hat die Bombe immer noch nicht, oder? Ja, ja. Nice. Ja, sehr schön. Da haben wir das erste Spiel schon mal gewonnen. Yes. Und das war es auch schon mit dem ersten Spiel. Wir konnten es für uns entscheiden. Ausgemacht waren zwei von drei. Das heißt, bereits das nächste Spiel könnte den Gewinner ausmachen. Seid gespannt. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.